Musik Irgendwie müsst ihr in die Brücke rein Das tue ich so schon mal symbolisieren, dass ihr in die Brücke rüberkommt, die dahinter führt Und anderes bliebe mir ja gar nicht übrig hier Wir wollen ja eine Allee bauen Und eine Allee macht sich ganz schlecht ohne Bäume 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Da hin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7, 8 Ähm Hier würde ich jeweils immer offen lassen Jetzt gehe ich jetzt mal pennen So Hier würde ich immer offen lassen Schauen wir das machen Das wird ein bisschen kompliziert Ich habe mir noch gar keine richtigen Vorstellung wie ich das machen möchte Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Holz Hier Da kann man ruhig mal alles hier verballern und dann machen wir daraus halt Zäune So So Nein Ach kommt Leute Jetzt Jetzt wird natürlich hier wieder zugemacht weil das hier ist ja noch nicht die Allee Das soll ja noch alles ganz normal die Farm sein Genauso wie hier Genauso wie hier Und bis hier Es bleibt natürlich zu hier kommt dann die geht dann die Allee los Ist ja auch behindert mit den Da würde ich lieber jeweils noch einen wegnehmen Dass wir 3er haben Moment so dass wir 3er haben So Huch Ne Hau doch hin Okay Dann würde ich die Bäume jeweils so einkreisen hier Dann hätte ich jetzt nicht mehr Platz um hier lang zu laufen und es würde trotzdem gut aussehen Ja Wenn ich das mit 5x5 machen würde dann würde das viel zu eingehängt aussehen Sollte natürlich auch trotzdem abzählen können Lalalalalalalala 1,2,3 Aha Mein Gott Ich meine nicht dich Nein Ich rede Ich rede mit dem richtigen Nicht existierenden Gott Ich rede mit dem allhaftig nicht existierenden Gott Ich rede mit dem allgemein Sooo Ich habe das falsch gebaut Genau hier ist auch eher noch zu viel Verwirrung pur Sooo Hier 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 Und da kommt jeweils einer weg So Dann wird der jetzt hier eingepflanzt Und Der hier Der da Das liegt mal durch die Gegend Sooo Dann brauche ich noch ein bisschen Holz Dann brauche ich noch ein bisschen davon Dann brauche ich auf jeden Fall noch die da Holz haben wir ja auch noch ein bisschen Dann können wir auch hier noch ein paar Fackeln draus machen Äh Nicht fackeln Die da meine ich So Da noch ein bisschen was draus Und Da noch So Tada Baum Tada Baum Tada Baum Tada Baum Tadadada Baum Tadadada Baum Der muss ja natürlich wieder falsch wachsen Was auch sonst Genauso wie der da drüben Einer muss ja immer rausstechen Sooo Jetzt können natürlich hier die entsprechenden Hier ein bisschen seltsamer aussehen Zäune hin Stört das Ach egal Sooo Und hier Ach und da fehlt auch noch Sooo So schneller die Kellen bitte hier alles Und dann Geht's auch gleich weiter Ach come on Wirklich jetzt Ist das ein scheiß Ernst Geht doch Ich muss ja natürlich mit der Hand beseitigen Sooo Okay Was hier entsteht Weiß ich noch gar nicht sooo Momentan wahrscheinlich nichts intelligentes Ich könnte natürlich jetzt eine ganze Baumallee hinbasteln Also nicht nur eine Sondern Moment Wir schauen mal ganz kurz im Laden öffnen Da steht's erlauben an Ja okay Laden wird starten Game Was Slash Game Mode One Mal schauen Würde jetzt hier hochkommen Hält er dann hier die Allee Die dann da drüber führt Hier ist noch die Insel Dann würde ich sagen Wurde jetzt hier wahrscheinlich Dann so eine Aussichtsturm Hingebaut Mit dem man per Kugel Hier rüber schießen kann Ich weiß noch nicht genau Ähm Ob ich in die Skyline einbauen soll Ich weiß es nicht genau Ah was kommt hier hin Boah Ist hier richtig Guck mal Alter Guck mal wie geil das aus Wie wenn das beleuchtet ist Alles Alles wieder gebaut Sieht echt nice aus Obwohl ich könnte Ja theoretisch Nee warte mal Ich will es euch nicht Ich will es euch nicht verraten Ich will es euch noch nicht verraten Ah ich weiß es ist ok Hier mal hier rein Schließen Quatsch Ähm Game Mode 0 Gehen schlafen Ich weiß was ich da hinbaue Das wird aber auf jeden Fall Eine ganze Ecke Zeit brauchen Oh oh Ich habe Ich habe kein Oh mein Gott Ich habe keine Pfeile Ich habe keine Pfeile Oh 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 Was ist eine Hexe Das ist eine Hexe What the fuck Das ist eine Hexe Okay okay Jetzt hilft nichts mehr Jetzt hilft nichts mehr Jetzt hilft nichts mehr Jetzt hilft nichts mehr Hui Ist der Zucker fallen lassen Hey Was für eine coole Hexe Bam Oh In den beiden Mit dem Skellid kämpfen Das ist Assi Ist einer von den beiden Das ist der andere Okay der andere Braucht noch zwei Schläge Oh Warum brennst du nicht Okay Gut Wir brauchen das auf jeden Fall Ganz dringend Okay gut Ihr werdet Überrascht sein Was ich jetzt vorhabe Es wird wahrscheinlich So eine Art Monumentales Bauwerk Hier in der Welt Hier in der Welt Guck mal Es wird ungefähr Sowas sein Wie Was könnte man Das so gut Vergleichen Mit unserem Baum Hier hinten Mit dem Da könnte man es Vergleichen Das so gut Das so gut Ich So gut